Einen wunderschönen guten Abend. Ja, hier ist wieder der Nordhassel für euch und was sehen wir heute? Rocket League ist ein schönes Spiel und ein schweres Spiel und Anubis ist bei mir. Jo, was geht meine lieben Freunde und ich grüße die Community von der Hanna. Ich bin euer Anubis und ja, neues Update. Ja, Rocket League Update ist da. Hot Wheels. Ja, ich werde natürlich hier direkt einen davon fahren, habe mir schon einiges freigeschaltet. Ich werde das auch mal sehen. Wo ist denn das? Oder was steht denn das überhaupt? Und was ist die? Sind die denn überhaupt da? Oder was? Sind die auch in der Karosserie oder was? Ja, zwei neue Autos, dazu gibt es neue Flaggen. Ach, Aftershock, nee. Ach, Deckfeier oder Bone? Bone Shaker und eine andere heißt Twinmill 3. Lustgenamen. Dazu gibt es neue Dächer. Ach, hier ist er, Hot Wheels, genau. Das ist Hot Wheels? Ja, das sind die Hot Wheels-Karren. Ich finde ja, ich finde ja dann den, den Bone Shaker besser, oder? Ja, das fand ich auch geil. Also ich stehe ja generell so auf dieses Totenkopf-Senden-Mann-mäßige finde ich ja generell geil. Wollen wir dann ein Match? Ja, Premium-Aufkleber gibt es auch neue hier. Ja, Premium-Aufkleber gibt es auch wieder neue. Okay. Premium-Aufkleber. Ja. Das ist cool. Wollen wir mal gucken, habe ich die überhaupt auch schon frei? Ja, da sind sie doch. Inferno. Bone Shaker, Hot Wheels, geil. Habe ich noch gar nicht gesehen, gar nicht bemerkt hier. Aber hier den eben mal. Irgendwelche Reifen, wenn hier was passen würde. Reifen gibt es, meine ich, auch neue. Den haben wir mit Hot Wheels drauf. Dann wollen wir mal ins Match. Ja, warte mal, ich will mal ganz kurz irgendeinen nehmen. Nur welchen? Premium-Räder? Also, ich habe meine mit den Totenkopf genommen. Ja, ich habe Premium-Aufkleber. Fand ich ganz passend. Boah, was alles so gibt es hier, ne? Ja. Okay, was war es? Würde ich doch mal sagen. Dann nehme ich den roten. Dacht, wenn wir lossehen können. Gibt so viele neue Sachen. Guck mal, so sieht man aus, guck mal. Ja, guck mal. Äh, süß. Süß. Ja, dann suchen wir mal, ne? Ja. Ich bin aber, ich bin, glaube ich, ne? Oder kannst du suchen? Ich kann suchen, ja. Du bist ja dieser Chef hier gerade. Fähnchen. Bin ich mal gespannt. Hab irgendwie mit dir noch nie gespielt, eigentlich, ne? Doch, einmal bei dir im Stream haben wir einander gespielt. Ja? Ja. Ah, okay. So, jetzt muss man sich aber mal vorstellen, Händler. Ja? Ab März rum kennen wir zwei uns so mit regelmäßigem Kontakt und alles ein Jahr lang. Im März bin ich ein Jahr auf Twitch. Ja. Und bin echt zufrieden hier so alles mit allen Drachen und so, weißt du? Gut, bei YouTube habe ich ein paar Videos gelöscht jetzt letztens, ne? Ja. Es gab ein bisschen Hater auf meinem YouTube-Kanal, das möchte ich halt einweisen. Ohhhh. Ah, jetzt ist egal. Das bist du gar nicht von dran. Das ist Gameplay. So, ich habe schon so lange mehr gespielt hier. Ich bin ja auch Euro Truck Simulator Spieler. Ja, das ist ja dein Ding, Euro Truck. Morgen früh, was? Abend? Farm? Okay, komm. Dann haut drauf. Du zockst viel Rogge League, ne? Äh, ist Hauptbestandteil meiner Screams. Ja? Habe ich mir nicht ausgesucht, aber meine Community steht drauf, ganz besonders, da auch Jüngere mitspielen können. Okay. Und besonders in den Ferien kommen dann die ganzen 13, 14-Jährigen zu mir und zocken dann mit mir. Du bist so jung, Kinder. Ja, habe ich ja kein Problem mit, wenn ich sage, ich mache Viewer Games, dann mache ich Viewer Games, ne? Okay. Und wenn es dann sowas ist wie, ähm, Rocket League, habe ich damit auch keinen Vertrag. Ja, klar. GTA ist dann halt wieder was anderes. Oh, den hat er aber schön über die Zuber gehebelt. Rocket League ist ja, ist wie gesagt, ist ein schönes Community-Spiel ja auch, ne? Ja, klar. Das ist ja. Ja, vor allen Dingen, Runden gehen schnell, regelmäßig kann niemand dazu, dazukommen, alles. Das macht halt eben Spaß auch mal für den kurzen Bedarf, ne? Boah, ich bin ja so lange nicht mehr gespielt, ey. Ja, der ist auch drin. Ich bin ja so lange nicht mehr gespielt, Alter, aber egal. Einfach mal, ich will euch mal auch die Autos zeigen hier, ne? Ja, was geile bei mir zum Beispiel ist. Ja. Äh, ich habe einen Hut, sage ich jetzt mal, wo eine alte Hot Wheels Bahn drauf ist mit dem Hai, einige kennen sie vielleicht noch, ne? Und, äh, ja, das Auto fährt, während du selber fährst, mit deinem Auto, fährt das Auto noch separat auf den Hut. So wie damals die Eisenbahn, aber das Ding fährt halt tatsächlich die Bahn da ab, ey. Das ist affengeil. Oh! Sehr schön, Männer. Ja, sehr schön. Ja. Ja. Ja, gut, das neue Auto jetzt natürlich, man muss ja ein bisschen rau reinkommen, oder? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, es geht, also ich finde es so jetzt, äh, Gepasst. Ah, der kommt nicht. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ah, der kommt nicht. Der fliegt doch hier rum, der schmiedt. Ach ja, du kannst ja gar nicht fliegen, ne? Warum? Kann ich zwar auch nicht, aber... Ich kann nicht fliegen, ich weiß gar nicht, es geht. Keine Ahnung. Aber mir ist egal. Äh. Ach, fuck. Hau rein, hau rein. Jawohl. Ja, schön, davon will ich gerne nochmal angucken, ne? Guck mal hier. Klack, Henna fliegt vorbei. Schöne Antäuschung von der Henna. Finte. Und jetzt geht's los, ey. Und bis da Gamescom? Ja, natürlich. Also, jetzt ab März kann man sich die Karten, soweit ich gehört hab, vorbestellen. Und dann werden meine Karten direkt natürlich mit meiner Freundin vorbestellt. Oh, und Henna macht das Ding. Hauptsache Tore, egal in welche Richtung. Ich bin ja reingeflogen. Ja, ist ja nicht so schlimm, ist ja unrank. Da kann man dann Spaß im Vordergrund... Experte, ey. Wenn man mal bedenkt, dass der Henna nur LKWs kennt. Ja, ich bin in Rocket League nie, Alter. Ich hab schon so lange mehr gespielt. Boah, oh Gott. Da müsste ich den Fritte mal fragen. Der Fritte... Der Fritte... Der Konrad auch. Kennst du Fritte? Ja, natürlich. Den... BaseLife Gaming... Auch regelmäßig den Fritte an unterstützen. Ja? Ich muss sie gehen raus, natürlich. Oh, Fritte! Oh, ich treff den bei Lorimai! Ist ja nicht so schlimm. Alter! Man muss das Ganze mit Humor sehen. Naja, Gott, ist halt so. Hier kommt er, was? Ja, hier kommt er. Boah. Ich werde schon wieder ins Team eingeladen für Counter-Strike. Ja, Counter-Strike ist ja gar nicht mein Ding. Naja, CSGO ist ja dein Ding. Ne. Toss! Immer wieder gerne, äh... Und ja, beste Vorlage mache ich dann. 5, 2, 1... Du bist Meister? Ja, ich bin Meister. Aber ich spiele halt eigentlich immer den Mother Moon, äh... Was für ein Ding? Da er ja jetzt das Rocket League Update da ist, dachte ich mir, spät so ein bisschen... Oh, ich deb... Rocket League und ich... Gebe mich gerade zum Schlechtesten. Ja, das wird nur auf YouTube veröffentlicht. Mehr nicht. Mehr nicht. Viele aus meinen Streams, die kennen halt meine Spielweise. Jo. Ich geh mal eben den Hunderter holen. Den Hunderter? Ah, wir machen ja zwei Hunderter Boost. Mach den Ball mal nach vorne, Scheiße hier. Ah, da bin ich ja den Not noch hier klaut. Ah. Ich bin mir immer einen Schritt voraus, ey. Boah. Mann, 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 Mann. Sehr schön her da, sehr schön. Ja, Paraden geht, hä? Ach, ich krieg den Ball doch nicht da rein. Ich krieg... Ach, ich kann nicht, ich weiß gar nicht, wie das geht hier. Wie du da rumsprichst. Achtung, der kommt zu dir. Ja, ich treff den noch nicht. Hm. Na. Boah. Und ich stamm daneben, ich glaub's nicht. Na ja, zweite Runde fahren wir ja mit den anderen Autos, würde ich sagen, ne? Ja. 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 G2 haben uns abgezogen. Ja, macht ja nichts. Ja, Spaß geht bei sowas halt vor, ne? Besonders sind ja neue Autos und... Ja, gute Autos sind doch eigentlich selber, oder? Eigentlich von... Oder von die anderen ist irgendwie... Ha, eins hau ich den aber noch rein. Ha, 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 ha. So. 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 Und du musst schießen. Einfach drauf los. Machst du schon. Oh. Und... Vorbei. Ah, knapp, dann nehmen wir es auch vorbei. Ja, dann würde ich sagen, wechseln wir mal das Auto und dann geht es auf... So. In Runde 2, ne? Dislike Pot. Oh Gott. Ja, so. Dislike Pot. So, wollen wir zurück zum Hauptmenü? Ja, und dann Auto weg. So. Andere Garage. Auto anpassen. Ich war eben raus suchen. Den... Da. Der sieht auch nicht schlecht aus. Der sieht auch gut aus. Mal eben die Rütze. Da nehmen wir die andere. Machen wir eine schöne Map hier. Ich passen eine Flagge dazu. Eine schöne Map. Auto muss ich mal eben erstellen. Kommen. So. Püro. Ja, der Püro sieht doch geil aus. Was für Reifen nehmen wir dann? Könnte dann zu dir passen. Einige, ne? Komm, ich... Ich bin jetzt auch soweit. Hot Wheels trifft auf Rocket League. Äh, die haben ja schon irgendwie... coole Ideen, oder? Ja, klar, also... In meinen Augen ist das... Hot Wheels Update das innovativste, was wir seit langem hatten. Okay. Schade nur, dass es keine neuen Maps dabei gab. Ja, gut. So, weiter auf geht's, hä? Wir können dann nämlich... Äh... Ah, da ist der Hänner ja. Du musst schießen. Vielleicht geht's ja besser. Vielleicht nehm ich mit dem... Vielleicht mit der... Ich hab ein gutes Gefühl, mit der Karre hier. Cooles Gefühl. Ah, klappt daneben. Ich brauche... Ich brauche Gas. Muii. Ah. Ein Schwein. Äh, Schwein. Oh, da raus. Boah, kann ich gerade nochmal so safen. Boah. Boah. Puff. Der wär fast drin gewesen, ey. Ja. Und reingehen. HENNA! Mach das! Boah, da gehst'n Skrampf, Junge. Ja, ich bin ab Dienstag wieder bis Freitag auf Gamescom. Ja, ich bin wieder von Donnerstag bis Sonntag. So wie's immer halt ist. Ist diesmal nicht bis Sonntag. Geht Dienstag los, bis Samstag. Ist diesmal ab Dienstag. Boah, 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 boah. Ja, du kannst ja der mit deinem Netzwerk machen, dass du schon Dienstag draufkommst. Ja, aber von Dienstag bis Samstag geht's diesmal. Sonntag ist nix. Blöd. So. Ja, Sonntag geht eigentlich. Da hab ich dann mal Zeit noch ein bisschen auf der Gamescom zu chillen. Wie hab ich gesagt gerade, von Dienstag bis Samstag ist das Jahr. Ja? Ist kein Sonntag dieses Jahr. Kein Sonntag dieses Jahr. Boah, vorbeigesprungen. Gamescom hat dieses Jahr von Dienstag bis Sonntag. Oh. Weiß ich nicht. Warten wir mal ab. Oh, fuck. Was? Den hab ich. Aber, den hat er. Mal klar. Boah. Schnelles Spiel, Junge. Für Rentner unangemessen. Oh. Genau hinter dir. So nach vorne, mach den Ball da rein. Oh, ich muss was zerstören, weil sie hinten liegen. Das sind mir die besten Witzkills. Ich hasse das. Ja, und der ist drin, der ist drin, ja. Ich kann das Spiel überhaupt nicht, ey. Ne, blöd war jetzt auch, dass du mich zerstört hast. Ich kann das Spiel überhaupt nicht. Am meisten enttäuscht bin ich eigentlich vom Bettmobil gewesen. Bettmobil? Ja, das Bettmobil war in meinen Augen das Auto, was mich am meisten enttäuscht hat. Der kommt gut. Sauber. Der ist gut. Sauber. Einmal ausrasten im Chat. Mit Hannah hat Skill. Kann ich ausrasten, ey. Ja, guck mal, da habe ich dich nochmal angerufen. Nice. Na, meine Freundin hat gerade damit Probleme, ihre Serie zu gucken. Ja, die sind gleich fertig. Nee, der Ding ist, äh, das Ding muss gefühlt zu 200 Mal puffern. Achso. Wegen Internet. Au, 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 au. Ich weiß es nicht, die ist per Lahm drin, also. Oh, der Ball ist rund. Hannover vielleicht gewinnt man das Spiel ja. Sieht danach aus, ne? Nee. Gewinnen tue ich, wenn ich es hier in der 1 steht. Den habe ich nochmal weggeholt. Auf ihn gegen die Antenna, sauber. Oh. Fahr direkt drauf, fahr direkt drauf. Ja, schön, Hannah, komm rein hier. Komm rein, oder raus, oder rein, oder raus, oder was? Der Ball kann sich nicht entscheiden, macht Urlaub. Ich bin ja alles besser. Ja, einmal über dich drüber und dann abricht du das Tor. Hast du gesehen? Oh. Ich komme gar nicht so hoch. Das ist egal, ich, aber. Jetzt, nach vorne dran, komm. Ah. Ich scheißspiel. Ja, egal, hast du gerettet. Bei dem letzten Spiel habe ich mir ein Schwein gekillt. Da gab es ja auch noch ein schönes Video von... Er ist weg, muss ich mich wieder hochladen wieder. Aber ich habe mich weggemacht, keine Ahnung warum. Oh. Hat das nicht jungs wie so beliebt? Oh. Schön. Oh, da hat nochmal den Ausgleich raus. Wie denn schön. Wie denn schön. Das ist doch nicht schön. Voll hier nicht scheißspiel noch hier. Scheißspiel. Oh. Ist da. Schön Luft vorgemacht. Hm. Aha. Hau ihn weg. Einfach weghauen. Was mache ich? Alter, nice. Mit dem Heck. Arsch muss schickern, der Arsch muss schickern. Oh. Danke für die... ...anale Unterstützung, sag ich mal. Ja, ja. Ja, du hast hier in meinem Popo rumgewöhnt. Ja, ja. Oh. Der schreit da rum, hä? Der Henner ist in meinen Heck reingefahren. Und hat mein Auto hinterm befriedigt. Hättest du mal sehen sollen. Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Oh, wir haben gewonnen. Jawoll. Ja. Nice. Oh, muss der Henner. Ja, Rocket League. Gebt euch das DLC mal. Also die Autos sind auf jeden Fall klasse. Und ich bekomme eine Chroma-Kiste 4. Eine Chroma? Ja, eine Champions-Kiste. Okay. Lacht mal Chroma zu. Chroma wie bei CSGO. So. Willst du noch mit grüßen? Ich will, dann beende ich das Video. Ja. Ich begrüße noch meine Freundin Joshi's Place. Und ich grüße meine gesamte Community. Die Zocker-Junkies. Seid die geilsten. Und natürlich auch die Community von Henner. Ist der Hammer. Ja. So. Und dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und lasst uns... Euer Flygobe. Sputzticker. Okay, mehr Leute. Also tschüss dann. Tschüss. Tschüss.